Heute geht es um die steuerlichen Themen in Bezug auf die Unternehmensgründung. Wir haben hier drei Themen zur Auswahl. Einmal die steuerliche Rechtsformwahl, zweitens die Einnahmen-Überschussrechnung versus Bilanzierung und ich werde nachher den Vortrag halten zu Betriebsausgaben und ihrer Besonderheiten. Mein BWL-Studium ist ein bisschen her. Ich wollte sozusagen auffrischen und nochmal gucken, ob ich mit meinen Entscheidungen, die ich für mich und meine Selbstständigkeit getroffen habe, auf dem richtigen Weg liege. Also eigentlich ist es mehr für mich eine Bestätigung gewesen und dass ich nochmal offene Fragen klären kann. Ich würde den Gründern empfehlen, sich im Vorfeld mit einem Steuerberater zusammenzusetzen, um die individuelle Situation zu erörtern. Denn unter anderem die Wahl der Rechtsform ist eben ein Maßanzug und nicht eine Kleidung von der Stange. Und diesen Maßanzug, den kann ich nur im individuellen Gespräch mit einem Steuerberater entwickeln. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.